Wenn ihr denkt, dass der Rennsport gefährlich wäre, das ist ein Trugschluss. Die Gefahren lauern hier im Straßenverkehr auf dem Weg dorthin, das sind die Gefahren. Geht los, gute Fahrt, aufpassen, machen's gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020